Hallihallo liebe Freunde, wir spielen heute mal eine ganz andere Runde Daily Ranking. Willkommen zurück dazu. Und zwar spielen wir Brawlhalla. Ich mag den Siebel lieber, bei dem habe ich keinen Skin. Und zwar ist das quasi Smash Brothers kostenlos auf Steam. Es benutzt dann das gleiche Bezahlmodell wie Truck League, womit man sich die Charaktere kaufen muss. Und wir spielen mal hier eine Runde 1v1 Ranked. Ich vermute, ich kriege das jetzt richtig auf die Fresse. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Jeder hat drei Leben, weil jetzt ist kein Leben mehr, der hat verloren. Und der hat sich auf jeden Fischlinger gespielt. Okay, der macht mich richtig rund. Der dodgt ja alles mögliche. Wtf, was macht der auf dem Level? Ja, und vernichtet meine Waffe. Dankeschön. Ja, der klappt mir die Waffe. Ja, geil. Dankeschön. Ja. Wow. Genau. Jo, meine Attacke nach unten macht halt kein Damage. Ja, der macht mich richtig fertig. Ich hab Glück gekriegt, aber ich hab ihn halt viel angeschlagener. Ja, komm, geht mir halt noch härter. Und da ist mein zweites Leben weg. Ja, er macht jetzt alle Waffen raus. Pass mal auf. Genau. Genau. Puh 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 Wird doch nochmal knapp hier Puh 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 Das sieht gut aus. Oh, er macht noch einen Dodge. Alter, der Move geht jetzt gar nicht klar hier. So, fertig. Er ist disconnected. Oh, da gewinne ich das zweite doch auch, glaube ich. Außer der Bot macht mich jetzt rund. Ach, der Bot kann mich sogar wirklich rund machen, gerade. Oh. Öh, öh. Ich glaube, vielleicht Maus da oben ist. Das ist Quatsch. Alter, jetzt kriege ich vom Bot auf die Fresse. Geht doch. Moment mal, die Bombe mag ich jetzt nicht haben. Sonst kriege ich ihn noch in die Fresse. Oh, komm. Geht mir nicht so hart. Nein. Uhuhuhuhu. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Der ist bitter. Hier in der Ecke. Aber hier habe ich zu null gewonnen. Gut, der ist rausgegangen nach dem ersten, aber damit habe ich gewonnen. Uhuhuhu. Schon wieder. Nice. Ich glaube, das reicht erst mal für heute, oder? Der erste Match war richtig schön und das habe ich jetzt einfach so gewonnen. Na, vielleicht spiele ich da noch ein paar mehr Ratings. Mal sehen. Also, da wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Heute eine kurze Folge, aber halt mal ein ganz anderes Spiel. Und ich hoffe, das macht euch auch Spaß, wenn ihr mal sowas seht. Alles klar. Bis morgen. Bye-bye. Bye-bye. Vielen Dank.